Ich schlafe drunter, komm erst. Ja, komm erst. Ich hab hier ein Zeug abgeschmolz. Welche Gesinnigkeit erreicht? Mach fünf. Au. Ist mir das hier ein Garten oder irgendwas? Ein Haufen Pult. Ich hab keine große Sache, oder? Das ist wie Sam City. Was? Sam City. Woher wir gebaut hast? Sehr gut. Das ist der Oberbreite, oder? Ja, das ist. Stimmt. Die Bruchhütte mit Blechdach? Nein, das ist ja eigentlich alles. Ach das da? Stimmt. War eigentlich Hasenhaus, oder? Ja. Mit Dörner. Mit Dörner und so. Das ist ja nur weit. Ach das, Scheiße. Ja, Hilo kostet. Echt, oder? Ja. Ja. Ja, da sinken gerade wieder ein bisschen. Ja. Aber warum das die Bänder raushalten ist da, ja? Also Stahl hier unten, ein bisschen reingenäht. Hier oben, also inhalten. Der untere Teil ist Stahl hier, der untere Ring. Das ist Stahl, der greift dann rein und ist dann dort oben vernäht mit den Hauptlastbändern. Und diese Lastbänder, die sind ja sehr trickstark. Also die verteilen ja die ganze Last auf diesen verschiedenen Bahnen. Und dann auch nochmal quer sozusagen. Da hast du auch nochmal welche Grüne, die ganze Kraft und Ordnung. Das hält im Endeffekt wahnsinnig. Ich meine, es ist ganz einfach. Du kannst beim Auflösen, kannst du dir mal ein Loch einbrennen oder sowas. Das kann alles mal passieren, wenn es Hunde zuschlägt durch eine Höhe oder sowas. Und du heizt es gerade rein oder sowas. Das ist alles schon passiert. Das ist im Endeffekt, der schmilzt dann weg an der Stelle. Aber die Lastbänder sind so stabil insgesamt, dass du es dann trotzdem hast. Und zwar fehlt dir doch ein bisschen Schock an den Schellen. Aber du kannst ja trotzdem ganz normal fahren. Der untere Bereich trägt ja nicht. Der untere Bereich hält nur die warme Luft zusammen. In der oberen Bereich ist das, was das recht ist. Oh, von unten. Seht ihr halt nicht? Da brauche ich halt die geile Leo. Ich gucke mit der drüber. Kann ich nochmal los. Da, drüben ist der Container. Ja, ich kann. Bist du klein? Blinz. Blinz. Wie hast du das gemacht mit den Drehen? Wir haben so ein Drehventil hier oben drin. Das siehst du da oben, wenn du da mal so schräg reingrückst. Ah, okay. Und das kann ich jetzt hier in eine Pekstine, wo die beiden Leinen, die blaue und die schwarze. Und dann dreht der Ballon. Und ich jetzt aufziehe, dann strömt jetzt die heiße Luft dort an der Seite raus. Und versetzt den Ballon sozusagen in den Drehraum. Ja, ist ja cool. Ja, Uli, das hat er vorhin natürlich. Ist cool, der Klick. Schabelberg. Blaue Lagune. Bündelagune. 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 4HL, oder? Ne. Was ist denn das für Müllplätze? Ach, hier von, äh, dem D-Werkel da genau. Oh, es ist ja gar nicht so. Wieso? Ich kann mal schauen, oder? Ach, da er neun, mal unter, oder? Ja, von da er neun. Lass sie durchheben. Okay, schaut, ich lös. Ich kam ja unten vorbei, oder? Ja, genau. Ich hab' die flüssig gemacht. W Joa, die Flüssigkeit. Hier, da ist es einfach so. Ich hab' die Flüssigkeit. Das ist ja eigentlich winzig, warum, oder? Das ist mein Lieblingschineser. Da waren wir letzten Montag am Brustessen und nach 12.30 Uhr zurück. Ja, der Pult hat. Ja, der Maschinenpult. Mein Papa von der Auge ist ja auch so. Irgendwann haben Pult. Vielleicht dann bloß der Atem. Ja. Nicht nur wie Fotos machen, einfach für mich. Das ist wie, wenn, 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 wenn... Wenn das Feuerwerk ist, dann macht einer auf dem Tod Bilder. Guck, nie bleiben. Das ist ja noch nicht genauer. Habt ihr alle Bescheid gesagt? Was? Habt ihr alle Bescheid gesagt? Ja, ja. Ja. Wie geht es mal? Ja. Wie geht es mal?